So, heute erzähl ich irgendwas über die Zitronenmelisse. Also die Zitronenmelisse ist ein Lippenblütler, hat vierkantige Stängel, die Blätter sind ein bisschen so borstig und das Aroma von der Zitronenmelisse ist einfach gut, das riecht so gut. Man kann die Zitronenmelisse als Tee verwenden und als Dekoration für Desserts oder man gibt sie in ein Wasser hinein und lasst es ein bisschen drinnen zum Trinken, es schmeckt einfach gut. Und wenn man nach einem stressigen Tag ein Vollbad nimmt mit der Zitronenmelisse, mit einem Tee, dann wirkt es richtig beruhigend, man kann gut einschlafen und wenn man nervös ist vor einem Test oder so, dann kann man das ruhig einen Tee trinken, dann wirkt er beruhigend und auch bei Magenproblemen, wenn man hat, kann man auch, wenn man nervös ist, kann man das auch trinken, den Tee.